Hallo, ich bin's wieder, euer Markus. Im heutigen Video geht es um die Malediven. Ich befinde mich zurzeit auf Safari Island, eine Insel von vielen auf den Malediven. Und ich möchte euch in diesem Video einfach mal zeigen, dass es keinesfalls langweilig ist auf den Malediven. Viel Spaß beim Anschauen, nach dem Intro geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.